Es geht weiter im Lauterkeitsrecht und wir schauen uns heute die geschäftliche Handlung nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 UWG an und in unserem großen Schema sind wir jetzt hier beim ersten Punkt und dieser ist in der Klausur in 99% der Fälle wirklich nicht zu problematisieren. Das möchte ich hier vorwegnehmen, weil wirklich in einer Lauterkeitsrechtlichen Klausur wird natürlich in eurer Klausur eine geschäftliche Handlung vorliegen, weil wenn sie nicht vorläge, ja dann wäre das eine ganz schön kurze Klausur. Dann würdet ihr beim ersten Prüfungspunkt schon rausfallen und ja, müsstet im Hilfsgutachten weitermachen. Das heißt, ich werde hier ja nicht im ganz großen Detail hier auf die geschäftliche Handlung eingehen. Zunächst einmal aber der Gesetzestext und wie ihr ja schon gesehen haben solltet, ist im UWG in § 2 alles legal definiert. Also in § 2 gibt es so 10, 11 Nummern und dort sind ganz viele Begriffe, die dann später im Gesetz vorkommen, legal definiert. Okay, und in § 2 Absatz 1 Nummer 2 ist die geschäftliche Handlung legal definiert und danach ist eine geschäftliche Handlung jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrages über Waren oder Dienstleistungen unmittelbar oder objektiv zusammenhängt. Aus dieser Definition kann man vier Prüfungspunkte ableiten. Einmal brauchen wir ein Verhalten einer Person, dann muss dieses Verhalten zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens erfolgen, dann muss der Absatz gefördert werden und viertens, das muss vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss erfolgen. Genau, also ja theoretisch müsst ihr diese vier Prüfungspunkte nicht mal auswendig lernen, sondern sie ergeben sich eigentlich aus dem Gesetzestext. Zunächst einmal der erste Punkt, Verhalten einer Person. Hier ist dieser Verhaltensbegriff super, super weit und ja, alle Verhaltensweisen fallen darunter, sowohl von einer natürlichen Person als auch von einer juristischen Person. Daher hat auch der Gesetzestext diese neutrale Formulierung mit Verhalten einer Person gewählt, weil das kann eine natürliche oder juristische Person sein. Gut, dann der zweite Prüfungspunkt, das ist der Unternehmensbezug. Und hier müsst ihr eine Abgrenzung zum privaten Verkauf vornehmen. Und wie macht man das? Das macht man anhand, ja, ein paar Kriterien. Wenn zum Beispiel 5000 Kopfhörer gekauft werden, ja, dann ist das eine so große Menge, dass das natürlich kein privater Kauf oder Verkauf ist. Und natürlich auch die Dauerhaftigkeit. Also wenn jede Woche werden 10 Kopfhörer gekauft, ja, dann ist das natürlich kein privater Kauf oder Verkauf mehr. Hier noch ein Beispiel aus der Rechtsprechung. Der Verkauf zahlreicher Waren von einer Privatperson bei Ebay. Da hat diese Privatperson 51 Ohrclips à la Cartier innerhalb eines Monats verkauft. Das ist natürlich eine große Menge und auch über einen geringen Zeitraum. Deswegen hat der BGH hier dann die geschäftliche Handlung bejaht. Dann der dritte Prüfungspunkt ist der Marktbezug. Hier solltet ihr, ja, vielleicht mal ein paar Ausnahmen gehört haben. Fehlt bei rein betriebsinternen Vorgängen, okay. Fehlt bei rein privatem Verhalten, natürlich, weil das ist dann nicht auf dem Markt. Hier ein Beispiel. Der Jurastudent sagt seinem Kommilitonen K., dass er unbedingt die Bücher von Professor X kaufen sollte. Hier ist das natürlich ein rein privates Verhalten. Wenn der Jurastudent aber natürlich eine Provision zahlt und ja, auch eine große Provision über langen Zeitraum oder so, dann ist das definitiv eine geschäftliche Handlung. Weil wir haben ein Verhalten einer Person, auch mit Unternehmensbezug, weil das passiert häufiger und dauerhaft und genau. Dann wäre das hier auch mit Marktbezug, weil das, ja, das bezieht sich auf den Markt. Es geht nämlich um den Markt von Büchern und das ist hier dann kein rein privates Verhalten mehr. Und diese Handlung des Jurastudenten, die ist vor dem eigentlichen Geschäftsabschluss. Das heißt, das wäre dann eine geschäftliche Handlung, wenn der Professor X mir eine Provision zahlen würde. Okay, fehlt bei rein hoheitlichen Handlungen hier, wenn nur das öffentliche Recht vollzogen wird, also, ja, Bußgeldbescheid oder sowas, dann ist das keine geschäftliche Handlung, sondern eine rein hoheitliche Handlung. Wenn aber die Stadtwerke euch Strom, Wasser, Gas anbietet, dann konkurrieren die natürlich auch mit Privatunternehmen, E.ON und, ja, keine Ahnung, wie die anderen alle heißen. Das wäre dann natürlich dann eine Tätigkeit im Rahmen der Daseinsvorsorge und da würde man dann eine geschäftliche Handlung bejahen. Okay, dann vor, bei oder nach Geschäftsabschluss, ja, also immer. Egal, ob das im Rahmen einer Werbung ist und diese Werbung, ja, die passiert natürlich vor Geschäftsabschluss, aber es kann auch hier zum Beispiel, das war ein witziger Fall, nämlich, da hat jemand eine pornografische Seite betrieben und, ja, hat ihn dann abgemahnt sozusagen, hey, du musst doch zahlen und hat hier wirklich auch witzige Drohungen gemacht, nämlich, äh, ansonsten halt, ach ja, hier, ein auf Inkasso spezialisiertes Mitarbeiterteam, das wird sie in Abendstunden persönlich konsultieren. Also, das ist schon, haha, ne, 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 sehr subtile Drohung und auch das ist natürlich jetzt hier nach Geschäftsabschluss und das ist dann natürlich auch relevant im Rahmen der geschäftlichen Handlung, weil der Zeitpunkt ist, wie gesagt, egal. So, Beispiele, A, verkauft Laptops, das ist natürlich eine geschäftliche Handlung, ein Verhalten einer Person mit Unternehmensbezug, nämlich für sein eigenes Unternehmen, auch mit Marktbezug und natürlich vor, bei oder nach Geschäftsabschluss, nämlich hier bei Geschäftsabschluss oder, ja, der Zeitpunkt ist ja eh immer egal. So, B bietet auf seiner Webseite Reisen nach Marokko an, auch das ist eine geschäftliche Handlung oder C schaltet Werbung für das eigene Geschäft, auch das ist eine geschäftliche Handlung. Hier nochmal ein kleines Formulierungsbeispiel, wie ihr in der Klausur das schreiben könntet. X betreibt kommerziell eine Webseite und gibt dort für Reiseangebote, Dies dient der Absatzförderung zugunsten seines eigenen Unternehmens. Eine geschäftliche Handlung im Sinne des 2 Absatz 1 Nummer 2 UWG ist gegeben. Also ein, zwei Sätze hier wirklich bei der geschäftlichen Handlung in der Klausur schreiben, das sollte wirklich genügen. Kommen wir noch zu ein paar Problemfällen. Es gibt einmal diesen Problemfall der redaktionellen Berichterstattung. Hier ein Beispielfall, die Presse äußert sich schlecht über das Restaurant X und in diesem Fall wird regelmäßig keine geschäftliche Handlung angenommen, weil Meinungsäußerungen hier von der Presse nicht zugunsten des eigenen Unternehmens erfolgen. Deswegen, so zumindest der BGH, finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil wenn die Süddeutsche Zeitung eine, ja, sich äußert, hey, das hier ist ein tolles Restaurant oder das hier ist ein echt schlechtes Restaurant, das machen die natürlich auch für sich selbst, um halt den Lesern, ja, was zu bieten. Also, ich finde das überhaupt nicht nachvollziehbar, diese Entscheidung oder diese Lösung des BGH. Natürlich kann man hier mit Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz argumentieren, äh, nee, Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante, keine Ahnung, ähm, also der Pressefreiheit, Artikel 5 Absatz 3 ist ja die Wissenschaftsfreiheit. Genau, also damit kann man argumentieren, aber okay, kann man so, kann man so sehen, könnt ihr euch im Kommentar nachlesen, aber wie gesagt, in, also in der Klausur wird die geschäftliche Handlung nicht problematisch sein, deswegen überfliege ich hier diese Probleme. Die Nicht- und Schlechterfüllung, hier hatten wir in der Vorlesung den Fall, dass, dass, das Bier im Biergarten wird nur zu 80% erfüllt, äh, gefüllt und dann wird der Vertrag natürlich schlecht erfüllt und das ist, ja, wahrscheinlich ist die Nicht- oder Schlechterfüllung keine geschäftliche Handlung, sondern man muss hier, ja, sich im Rahmen der 434 BGB, ja, aufhalten und das mit diesen Gewährleistungsrechten regeln. So zumindest der BGH, der gesagt hat, dass Vertragsverletzungen, die objektive Eignung zur Förderung des Absatzes fehlen. Genau, dann ein wichtiges Problem, da möchte ich, das möchte ich hier ganz kurz anschneiden, nämlich Influencer. Dieses Problem halte ich tatsächlich mal für klausurrelevant hier bei der geschäftlichen Handlung und dazu werde ich dann ein gesondertes Video machen, allerdings erst später, wenn wir schon die Irreführung und sowas gemacht haben, weil da kann ich dann bei Influencern dann noch ganz viel sagen, das ist ein aktuelles Thema, das ist klausurrelevant und da gibt es auch Probleme bei der geschäftlichen Handlung. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video, hier seht ihr die Kontrollfragen und wie gesagt, ich kann das nur noch einmal betonen, die geschäftliche Handlung in der Klausur solltet ihr in einem Satz abhaken und genau, dann könnt ihr wie immer ein Like da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, das würde mich natürlich super freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.